Guten Tag, heute stelle ich Ihnen den Arthorn Hochdruck Maschinenschraubstock 28874 im Detail vor. Er zeichnet sich aus durch einen stabilen Stahlgusskörper, gehärtet und geschliffene Führungsbahnen, einfache und schnelle Verstellung, stabilen Späneschutz, zweifach positionierbare bewegliche Backe. Aufnahmebohrungen serienmäßig an der Unterseite für Nullpunktspannsysteme. Neben dem Standard-Lieferumfang wie Stufenbacken, Handkurbel und Spannpratzen, bieten wir dem Kunden eine Vielzahl an Aufschraubbackenvarianten, direkt verschraubbaren Anschlägen und unser Backenschnellwechselsystem mit aufklickbaren Backen in Stahl- und Aluminiumausführung. Zudem für mehr Flexibilität gibt es für unsere Kunden die Möglichkeit, das Arthorn Pendelbackensystem zu verwenden.